Hallo und willkommen zurück meine lieben Freunde, ich bin's, euer Odo und wir sind zurück in Disco Elysium. Wir haben eine Nacht hinter uns gebracht und erstaunlicherweise hat Kim uns gefunden, sehe ich gerade. Ich bin gerade aus meiner neuen Behausung herausgekommen. Und wer ist hier? Mein lieber Kim. Oh, guten Morgen, du bist mir so abgegangen. Kim, we need to talk about responsibility. Good, we're on the same page then. Ich kann mich, ich als Spieler kann mich bei weitem mehr mit dem guten Kim identifizieren als mit meiner Figur. I'm not giving up drinking. It's what got me where I am today. At least let me have my cigarettes, Kim. I only smoked them for the bonuses. I can't give up street drugs now. I just got addicted. No, no. I mean, like, la responsabilität. You know, the kind that gets assigned. Ah, a Kenton gentleman. Pointing around for the murder. For my disaster of life. Spread your arms wide for this whole situation. Das ist jetzt fies. Für was wollen wir Verantwortung hergeben? Nein, für den Mord finden wir so wie so. Aber, ja. For my disaster of life. No. It's way more nuanced than that. There's, like, this whole historical or socio-economic dimension to it. Yes, exactly. Exactly. Why do you know that? Okay. I think you should know that I can't remember anything, Nan. Um, I want to talk about you, Nan. You seem to be following me. Ich würde ganz gerne über den Fall sprechen, du Idiot. Nothing, Liv. Okay. Items. Where is the bullet? Ah, das war bei Interact wahrscheinlich dann. Yep, da ist sie. This came from. The shot probably came from a Bell-McGriff rifle. Why not? Okay. Okay. Okay, worth what? Getting shot? I think we should have more powerful guns. We are the law. Makes you consider every shot. I like it. Seems we are looking for an antiques enthusiast. Could the victim have been mixed up with some foreign guerrilla fighters? Have well-armed Jamrock bangers started crossing over into Martinez? Yes. Something mysterious is afoot with this and the bullet type. Gute Frage. Could the victim have been mixed up with some foreign? Nein. Ja, danke. Das haben wir schon herausgefunden. Okay. Gut. Dann wollten wir uns den Dorganer Megamix anhören. Auch mit ihm gemeinsam. Und ich habe schon wieder vergessen, meine Zeit zu nehmen. Ich bin ein Schlechter Megamix. Diesmal ist mir relativ früh eingefallen. Ich bin ein Schlechter Megamix. Ich bin ein Schlechter. Okay. Okay, ich nehme mal an, das ist der Typ, der umgebracht wurde. Ich nehme mal an, das ist der Typ, der umgebracht wurde. Okay. What was that at the very end? Silence? Who's this Corti? Ja, denke ich auch. Okay. Okay. You think he was there? What was that at the very end? What do you think? Hmm. What was that at the very end? Nochmal. Inabrated. Inabrated. Berauscht, betrunken. Okay. Okay. Also, hi. Uh, the lieutenant looks at the tape. You're familiar with this look now. It's his look of suspicion. Okay, then what now? Ah. Okay. 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 I see. Okay. 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 Jetzt können wir mit Klasia über den Typen nochmal sprechen. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher. Ähm. Wollen wir das als erstes machen? Wir haben jetzt mit ihm über das geredet und das geredet. Ja. Bevor wir hier weiter gehen, machen wir das Klasia Ding, weil immerhin wollen wir einen Mord aufklären. Huch. Ah. Let's see. Okay. Ich meine, der größte Nachteil daran, dass wir jetzt hier übernachten ist, dass wir einen hoffen Weg zurückrennen müssen, um wieder zum Worlds in Racks zu kommen. Ja. Und es regnet noch immer. Huch. Was sind das für Typen? Okay. Says the man with this foot written on his back. Okay. 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 Who are you? Okay. Okay, this is a would-be gang-mitglieder. Do you know anything about the murder that took place here? Do you guys know Cindy the Skull? What's this jacket? What's with this jacket? Well, talking with you. Okay. We could ask the Skulls, but we could ask Cindy the Skulls more better. Okay. Okay. Oh, süß. Das sind keine Möchtegern-Gangster, die... Okay, rhetoric. Who's von Eich? So you're saying I'm an old man? Yeah, I guess you're right. I'm pretty old. Dankeschön. Danke. Okay. Why aren't there most Skulls in Martinez? Ja, weil die Union das Organized Crime ist. Wow. Danke, ist pretty cool, dass du meine Gedanken wiedergibst. Oh, klar. Your rhetoric is confusing. Are you a part of the Skulls or not? And what makes you think that the organization would accept you? Mm-hmm. Are you implying I might be in some sort of danger? Are you sure Skulls would say that? Are you just pretending to be as nasty and vicious as the Skulls? Hold on, why does this criminal gang need marketing? Das ist beides gut. Ich weiß nicht, was Besseres. Okay. Danke, der Extra-Chemistry. Enough about this calorie, dann. Okay, fangen wir nach dem Skulls. Ich bin so glad you asked. Of course I do. Ich bin so testet ihr, boys. No, ich wirklich nicht. Ich bin so glad you asked. Okay. 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 Nonverbal modus operandi. Nonverbal? Ah. Okay. 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 Do you know anything about the murder that took place here? What's with the jackets? Okay. Turn to the blonde youth. Why does your jacket have this f***ing on it? Okay. Okay. What? It makes sense. Okay. 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 Good. What the f*** the world, Mandiba? Okay. Pano, du meinst, dass wenn wir die Jackets hätten, dass wir dann klüger wären? Blow it up. That is a terrible metaphor. Mhm. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so funktioniert. Nein. Nein. Rhetorik. Oder nicht. Hey, Kim. Do you think it's a coincidence? What do you think about that jacket? Are you always so patronizing when cool possibilities cross our path? Sure, the jackets are scaring you. Are you? That's cool. Which one would you wear? Are you more a piecefoot or a f*** the world kind of guy? Okay. Come on, Kim. Come on, Kim. It's just a mental exercise. Okay. No way. No way. If anything, I'm in this scenario that works. I feel more like a f*** the world kind of guy. Okay. Yeah, that's right. Okay. Okay. Ask for the jackets for yourself and the lieutenant. Okay. Wir könnten ihnen die Jacken abnehmen. Das ist absolut großartig. Aber wir haben nur eine 28 Prozent. Wir schauen uns das. Hey, ist. Wir werden es nicht jetzt gleich machen. Do you know anything? Wir fragen zuerst einmal nach dem Mord. A man was hanged in the backyard of the warning in wrecks. Hmm. Don't f*** around, I'm the law. Das könnte backfiren, wenn ich sowas sage. Ja, das ist eine gute Frage. Ich frage mich so doof wie es versetzt. I know that you don't know shit. I'm not going to entertain you with this any longer. That could be the case. Yes, a brilliant work of art. Halflight Legendary. Wir könnten natürlich mal. Wir könnten natürlich ins Inventory schauen und schauen, was wir alles an Halflight Zeug haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwas mit Halflight haben. Irgendwas haben wir mit Halflight, da bin ich mir sicher. Ja, ja. Minus eins auf Halflight oder was an. Plus eins auf Halflight, schon. Ja. Ich bin mir sicher. Ja. Ja, minus eins auf Halflight. Okay, wir haben 42-prozentige Chance dafür. Das heißt, wir bräuchten 8 oder höher. Das ist sogar gar nicht so schlecht. Sagen wir es riskieren? Wir könnten natürlich Wir könnten uns natürlich vorher noch eine kleine Flasche reinzwitschern. Eine Flasche Commodore Red. Das würde nämlich unsere Physik auch um 1 erhöhen. Das heißt, wir hätten dann plus 2 auf Halflight. Und dann müssten wir schon mit einem 7 oder es schaffen. Ja, versuchen wir das mal. Beziehungsweise, warte mal. Wo war das? Was war das hier? Nein, hier war es. Map Physical Instrument. Das hatten wir schon. Naughty Dice Maker. Das brauchen wir. Container Door. Achso, ja. Container. Das ist schon hinter uns. Das haben wir auch schon. Water Door. Barbell. Ice Cream Maker. Das sind lauter Sachen, die wir schon gelöst haben in irgendeiner Form. Wo ist das? Das haben wir alles schon mehr oder weniger gelöst. Das heißt, wir haben nur diese eine. Oh, come on. Dieses Spiel hasst mich. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Probe noch machen können. Abandoned Lorry. Da waren wir schon drinnen. Das heißt, im Endeffekt, nein, hier sind wir wieder raus. Wir können. Echt? Müssen wir uns da drüber machen? Okay, nein. Ah, jetzt ist es da. Interessant. Okay, mein Spiel hasst mich. Ich schaffe es nicht, das Ding zu benutzen. Hallo? Ich glaube, du... ja, 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 ist okay. Schauen wir mal, ob wir die Taschen kriegen. Ah, 50 Prozent. Wie schon gesagt, sieben und mehr. noch klar. Oh, ja, 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 Police business. Tack, Kim. Schade, nur ein 6er statt einem 7er, tja. Der Spark of Sympathy in the youths' eyes. Oh shit, it's Disco. Oh, echt? Ich hab's gekriegt. Oh, Pissfurt. Das ist nett von dir. Das ist nett von dir. So, I got the jacket for you. Why not? You could really raise hell. Go undercover. Still, it's good to know that we have it, should the need arise. Das ist doch super. Die haben so das beste Gangmitglieder ever. Okay, wir haben eine neue Jacke. Es ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Ah, plus eins of drama. Minus eins of authority. No fucks given. Wait, I'm a detective. A letter jacket that quite recently belonged to a young man who possessed some intimate knowledge on the human condition. It has his nom de guerre written on the back. It's quite a statement. Okay, lass uns anziehen. Ich wusste es. Kann ich mich drehen? Bitte kann ich mich von hinten sehen. Ich wusste es. Kann ich mich von hinten sehen. Das ist insane. Groß genug. Groß genug. Okay. Gut, wir ziehen das Ding wieder an. Einfach, weil es mir mehr Boni bringt. Oh, bitte. Soll es sein. Gut. Ich mache noch ganz schnell den Anruf, den ich machen wollte. Pick up the radio. Did you find out more about the owner of the armored boots? Wir haben auf jeden Fall mitgekriegt, dass Klaas hier mit Sylvie was gemacht hat. Das heißt, sprechen wir nochmal mit Sylvie. Ja. Danke schön. Hey, Sylvie. It's the police again. Test Klaas' story. Was it you who called the police? But why didn't you call? Didn't the cops behind your workplace bother you? I meant us. You should have called the police. It looks like there's a limit to my authority, then. Let's see. Maybe there's something else you can tell me about. I see. Maybe there's something else you can tell me about. Okay. Wieso steht da Test Klaas' story? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Sie das noch nicht übers Telefon gefragt habe. Naja gut. Was soll's? Ja, danke. Und tschüss. Okay. Let's set's. Meine Lieben, es war mir ein Vergnügen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.